Upsi Leute, ich habe vergessen mal auf den auf den Kloch drauf zu drücken es gibt Ranked, ich spiele meinen Lieblings-Supporter meine geliebte Karma ähm ich weiß nicht generell wie diese ganzen Support-Gameplays bei euch ankommen werden aber Leute, ich bin Support-Main ja und wie hat doch ein guter Freund von mir gesagt wenn du als Spieler zu schlecht wirst wirst du Coach oder du wirst Support und da stimme ich ihm sogar voll und ganz zu um ehrlich zu sein gut, ich weiß auch, dass die Elise unten angefangen hat ähm im Early-Game ist nicht zu viel passiert wir wurden Topside-Invaded mein Top-Laner, der Malfa, hat seinen Flash benutzt ähm mehr müsste ich hier eigentlich gar nicht wissen Elise hat hier irgendwo unten angefangen ich weiß aber nicht genau wo ich spiele halt in meinen Runen komplett squishy deswegen kriege ich hier auch so viel Damage ich habe niemals Resistenzen dabei, ne ähm ich spiele alle meine Support ohne Resistenzen ob es gut ist oder ob er schlägt ist kann ich euch nicht sagen aber ich hätte mich da nicht hucken lassen sollen das kann ich euch auf jeden Fall sagen ich nehme hier nochmal einen Cookie ich muss ja aufpassen dass ich mich jetzt nicht wieder hucken lasse ich habe hier halt meine Karma als First-Bit genommen Entweder gebaitet er mich übelst gut den Ort hätte ich jetzt nicht ganz anbrauchen okay, lass mal kurz nachgucken ich brauche noch gar nichts zu warden okay da kann ich mir dafür nochmal ein bisschen Zeit nehmen das ist kein Problem nice ich werde mal damit drauf bekommen okay, Elise ist tot das heißt, Elise wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder Richtung nach unten kommen okay ähm das heißt, ich gehe jetzt schon mal los setze meine warden ist eine Pflanze im River? ich achte als Supporter immer darauf ob eine Pflanze im River ist ähm weil das für mich einfach bedeutet na, ich kann nicht roam gehen ich kann nicht roam oder doch ich kann eben kurz die Wave steht nicht gut aber die Gegner pushen gerade eh wieder zurück von daher passt das eigentlich okay, nice ich move wieder zurück für den Fall, dass Yasu äh, dass der Z nach rechts läuft Flash oder sowas hätte ich dann jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt oh oh oh, ich komme weg ich komme weg okay es ist schade weil ich da beim ersten Fight schon vorher mein Exhaust rausgehauen war im Endeffekt noch nice gemacht von der Caitlyn ich bleib lieber nochmal hinten stehen ich weiß nicht ob der Blitzcrank Flash hat äh, ich möchte nicht haben dass er über die Mini-Way Flash hat und mich da quasi one-shotet nein, da würde ich eh nix machen der kann mich nicht machen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott okay, ich bekomme die Mini-Z noch perfekt ich lasse die Wave hier so stehen die wird eh nur Slow pushen das ist das eine das andere ist das hier das hier das hier ich kann mal schnell Boots holen im Normalfall also ich muss halt echt sagen es ist eigentlich nicht das Beste als Supporter also ich baue halt immer mein Spell-Thieves immer als erstens aus dass ich nochmal etwas mehr Gold bekomme und sowas aber ich mache hier die Ausnahme weil die Gegner ein sehr starkes All-In-Potenzial haben was ich damit einfach warte mal SS-Blitz womit ich hier einfach ein bisschen ancampen kann einfach weil ich nochmal Leben habe und ich kann die Vision aufbauen ähm so dass Blitz nicht die volle Kontrolle über die Gebüche hat ich packe nochmal die Pflanze ich weiß nicht ob sie da hingebottet hat aha gut dann schicke ich den hier na ich nochmal den zweiten Tick rausbekommen für die extra Heilung äh bringt mir jetzt aber nicht ganz so viel weil er hat sich hier er hat sich hier gerade die Pflanze genommen das heißt er heilt sich wieder zurück ich habe ein bisschen Gold bekommen und so aber vom Trade-Technisch her war das einfach Käse warte mal ist die nochmal in die Base gegangen? Elise Botside okay na das war ein schöner er hat auch versucht das zu predikten ne das war nicht ganz nice sie wird wieder runter kommen sie wird höchstwahrscheinlich wieder runter kommen oh leil leil wo ist die Hege what ich habe sie gar nicht kommen sehen ah my bad sie hätte aber die Dingens hätte auch gar nicht vorgehen sollen weil das Ding ist wir wussten we knew she was bot habe ich das nicht sogar gecallt dass sie bot ist? warte mal ich meine ich habe es euch gesagt ja Elise Botside habe ich auch geschrieben lol das war so bad von ihm der Z landet immer hinter euch Leute oh nice da machen die trotzdem sexy so habe ich meine Yasus gerne wenn sie gewinnen lass mal gucken wie viel Vision bekomme ich in den Jungle rein das ist sehr sehr greedy was ich hier mache okay das interessiert sie nicht das heißt ah nein sie hat gerade hierhin gewordet das heißt ich bin weg ich meine die Ward Reihe hier ist solide ähm ich glaube ich lasse meine Caitlyn hier sehr sehr exposed ich weiß auch gerade nicht wo der Blitz ist ja Elise kommt wieder runter wir können ja nichts machen lol ne kann ich nichts machen unabhängig davon ob ich den Scheiß getroffen hätte oder nicht ich glaube ich hätte nicht nichts machen können ähm we need pressure on board das kann so nicht weitergehen ja Varus ist 6 Varus 6 ich denke darüber nach ob ich nicht vielleicht nochmal mit ein paar mehr Punkten in mein Schild reingehe oh die kommt wieder runter Elise still bot ne ich geh in die Mitte na wobei ich weiß auch nicht ob die das hier gewordet haben das heißt die könnten wissen ähm die könnten wissen wenn ich weggehe und sie dann einfach diven ne ich geh in die Mitte ich geh in die Mitte ja das ist schön für dich dass du oh anstatt dass er straight up runterkommt und sie hat auch noch flash sie hat den Hook auch einfach flashen können ich meine ich sowas hätte hier gar nichts geändert lol komm 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 irgendwas oh oh warte jasus hier jasus hier jasus hier na was soll ich machen Leute was was will man machen gewinnt der Malko gegen Rumble das ist eigentlich ein Free Matchup der hat wahrscheinlich versucht ihn zu tower hier da nicht Caitlyn frisst halt unglaublich viele Hooks ähm BF first ok und die Elise ist halt auch die ganze Zeit hier ich hab zu ehrlich ich hab Angst dazu weit runter zu gehen weil ich grad nicht weiß wo die Elise ist und eine Ward brauche ich immer nochmal für mein eigenes Gebüsch die werden uns trippeln glaube ich ja kommst du noch was ist das für ein Eiderbild das hätte sie nicht machen sollen den einen Angriff es kommt vielleicht belanglos rüber ähm na weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier aber durch diesen einen Autotag zeigt sie ja auch nochmal das ebenfalls dass sie nochmal hier ist mit Caitlyn unten gemacht lol lol sie hat nicht gewonnen wie ihr wollt gut ich denk mal ja genau Blitz wird auch nicht mehr runter kommen ich versuche die ganze Zeit irgendwie nur mehr zu machen als der Blitz aber das ist sehr 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 schwer gerade das ist ein bisschen extra gold nämlich auch nochmal an ah hier ist ne Mod aber das Gute ist aber das Gute ist ich bin jetzt so gesehen raus aus der Landing Phase ähm mein Team ist okayisch dabei es ist grad nur die Elise die ultra strong ist warte die Elise ist immer noch hier im Jungle scheiße man was kommt die von hinten ich hab grad ein nicht so tolles Spiel ich hole mir gleich auch nochmal wahrscheinlich früher einmal die Mercury Boots die ist tot lol ist sie nicht Yasuo oh mein Gott oh mein Gott Team Team hat er noch ne Windwall? ne die hat er nicht ne lol oh mein Gott ey fick die nein Aytan nein der fick die Aytan mal was Ulti mal was Ulti mal was Ulti mal was Ulti lol ich snare ihn und sie trifft den Sperr nicht jetzt ist er tot ok ich geh mir keinen Punkt mehr in die Q rein ähm das kann ich komplett knicken weil ich nicht so stark bin wie ich es gerne hätte ich setz noch mal eine Warton bevor ich hier ganz verkehre so warte mal bau ich mir jetzt schon Mercury ne 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 Arden Sensor ist jetzt grad viel zu stark ähm also nicht nur jetzt sondern wenn ihr euch mal mein Team anseht mein Yasuo zum Beispiel ist ziemlich stark ne ne der profitiert vom Arden Sensor ähm relativ nice hat auch keine Sustain in seinem Kit drinne also äh in seinen Items meine ich Caitlyn profitiert ebenfalls davon ne ist halt ein All-Attack-lastiger AD Carry das heißt Attack Speed und alles ist halt ziemlich nice auf ihr lol get fuck kid ich wusste nicht, dass Elisa noch da war gut ich kann die werden wahrscheinlich den Dragon machen ich geh nach oben Das geht wieder nach oben. Die Botzer kann nicht komplett knicken, einfach nur weil unser Jungler tot ist. Er hat hier keine Ulti-Ready. Gut, eigentlich sollte ich nur meine pure Präsenz hier schon ein bisschen Pressure aufbauen. Oder? Ne, tut's nicht. Ich muss halt in der Mitte bleiben. Das macht der Q doch gegen Indie-Wave, weil wir haben kein Wave-Clear. Das heißt, ich muss hier der Wave-Clear haben. Wir sind alle sehr, 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 sehr low. Das ist ein bisschen gefährlich, ne? Aufpassen, wir werden gerade auf allen Länen gepressured. Ist Nilly stark? Loll, okay, nice. Wir haben in der Mitte auch nochmal die Clean-Up. Ich hab noch mein Item hier fertig. Nice, nochmal etwas Movement Speed. Ich bin... Ah, ich will mir nochmal mein Level 9, obwohl ich in die Base gehe. Einfach nur, weil ich dann mein geupgradetes... Mein Sweeper nochmal upgraden kann, um ein bisschen besser die Vision zu klären. Das Game ist so eklig für dich, Leute. Ich meine, mein Team scale sehr gut, ne? Das muss ich halt sagen. Mein Team scale echt wirklich, wirklich gut. Im Normalfall hätte ich hier die Wave gefreezt, aber ich möchte hier die Erfahrung selber haben. Okay. Ähm, also ja, Leute, im Normalfall magst du auf Kamera Q durch. Das ist jetzt ein reiner Emergency Case, wo ich einfach haben möchte, dass ich so viel Peel wie möglich für mein Team rausbekomme. Caitlyn ist oben alleine. Keir on top, Cait. Okay, nice. Sie move direkt nach unten. Caitlyn darf nicht alleine auf der Sidenend sein. Der Rumble... Oder wobei, ich mir bei Rumble gerade nicht so ganz sicher bin. Aber auf jeden Fall, der Zed wird halt nach ihr suchen und versuchen mal, sie abzufrühstücken. Okay, Rumble ist oben. Ey, wir sollten Jack machen. Oh, sexy. Den sollten wir in time bekommen. Der Dragon ist sehr nice für uns. Gut, ich borde hier nochmal die Lane selber. Oh, unlucky. Ich guck mal nach, dass ich nochmal eine Wardot an die Seite reinbekomme. Die Chance, dass unser Red weg ist, ist ziemlich hoch. Ah ja, der ist weg, der Unterklauch. Nice, 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 nice. Die Gegner haben gerade auch nochmal einen Rumble ulti rausgehauen. Das hat ein sehr wichtiger Coole noch für die Gegner. Loll, 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 er ist da mitten! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh doch rein! Können wir Nash? Können wir Nash'n? Rumble, Rumble no R, warte. Tower and Nash, Tower and Nash! Rumble no R! Wir können beides machen, wir können beides machen, wir können beides machen. Leute, jetzt kommt auch der Arden-Sensor ins Spiel, ne? Ihr AOE schielt einfach jeden und jeder bekommt so eine Scheiße, ne? Rumble no R! Hier kann nix schief gehen, hier kann nix schief gehen. Loll, außer so ein kompletter Fail-Smite. Pfff! Unlucky Bro, äh Bro. Sexy, okay, das ist nice. Das ist nice. Ich hol mir jetzt trotzdem nochmal meine McCree-Boots. Ähm, damit ich selbst nicht so hart zerfistet werde. Geh jetzt auch Richtung, ähm, Redemption. Wobei. Leute, als Supporter, merkt euch immer eine Sache. Lasst euch, lasst ein Item-Slot frei für ne Pink Ward. Immer, immer. Immer. Siege mit. Ich glaub, mein Exhaust davor auf dem Set war auch ein bisschen Overkill. Ähm, aber bei der Self is sorry, ne? Ich brauche hier unten die Vision-Mauer. Bevor ihr fragt, Sylvie, warum eigentlich unten? Aus dem Grund, dass ich wusste, dass die beiden Vögel von hier kommen? Das heißt, entweder recallen die und verlieren sehr viel Zeit. Ähm. Also, war da entweder recallen die oder die verlieren sehr viel Zeit. Oder die kommen halt von unten. Ja, einer sollte den aufhalten, ne? Na, ich hab mich selbst geschüttet. Oh. Ich denke. Dass hier schon mal ne Watch stehen. In case, falls wir weglaufen sollten. Wie, da hab ich Tau-Agro! Okay, Zed sollte jetzt hier sein. Ah ne, er ist nicht, er ist nicht, er ist nicht. Wir können weitergehen. Wir können, wir können, wir können weiter vorpushen. Ich muss hier ebenfalls nochmal ne Watch stehen. Sexy. Ist das, ne? Raus, 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 raus. Das kommt wieder. Ich ping hier auch nochmal. Am besten, dass ich Exhaust-Radio habe. Dass, wenn er dann hier ist, dass ich dann das Ganze sofort, ähm. Oh. Ich muss da oben, ich muss da oben, ich muss da oben. Never mind. Ah, den ist es nochmal gesnackt mit dem Shield. So hab ich's auch gern. Oh, er hat noch sein Hook. Ich klebe, ich klebe, ich klebe. Gut. Ja, Blitzcrank, ne? Fick dich. Fick dich. Get fucked, kid. Ah, ja, das war, ne? Na, Leute? Ich will ja nichts sagen, aber das war, ne? Mein Schrei sollte kein Schrei nach Hilfe sein. Nein. Es war ein männlicher Schrei. Das war ein Kampfruf. Aha! Das ist ein Kampfschrei, der Furcht in die Herzen der Gegner weckt. Sagt man das so? Weg. Auf jeden Fall, es war männlich. Ihr habt keine Ahnung von Männlichkeit, weil ihr kein Mann seid, so wie ich. Hallo? Gar keiner mehr mitbekommen? Können wir laufen, Boys? Boys? Oh, oh. Wir splitten. Wir splitten. Auch splitten wir! Oh, war's eh scheißegal, alles. Leute, wenn ihr euch jemals fragt... LOL! Der hat ihn gefickt! Der hat ihn gefickt! Und ich hab zu ihm gesagt, er soll kann Yasuo picken und dann pickt der Yasuo! Ich will echt... Ich will echt die Basis gehen, Leute. Wenn ihr als Supporter mal so viel Gold habt, ja, dann gönnt ihr euch einfach mal Frozen Mallet. Verkennt ihr nicht? Frozen Mallet kamer, Auto Attack und Slowed. Yes, gewonnen. Leute, ich liebe Supporten und ich hasse Blitzcrank-Laning-Face, wenn der Gitterische-Gener Elise heißt und euch kämmt. Aber ja, Leute, das war's mit dem Gameplay. Okay, ähm, würde mich freuen, wenn ihr mal kurz in die Kommentare reinschreibt, ne? Dann findet ihr scheiße, dass Support-Gameplay kommt. Wollt ihr mehr wieder Top-Lane haben oder irgendwie so eine Scheiße? Ähm, würde mir weiterhelfen. Aber ja, Leute, ich bin nur noch erstmal weg. Tschü tschü, hau dir rein und bis zum nächsten Mal. häufig又ií, hau-j$%%&&! Tschü tsch, tschü tsch!